Die Frage kommt auf, wie kommt man dann zu neuen Geschäftsmodellen? Ja, also wie komme ich zu neuen Ideen? Das war auch die Diskussion, die wir an unserem Thementisch hatten. Und es hat sich so drei Dinge herauskristallisiert. Als erstes, als erste Überlegung kam das eine oder andere Mal, Digitalisierung ist kein Phänomen, was irgendwann mal aufhört, sondern es ist über alle Branchen hinweg, über alle Firmengrößen hinweg, ist es eben tatsächlich das, was uns beschäftigt. Und ich glaube, das war so das Credo, erst mal zu sehen, okay, wir haben hier eine neue Situation, die es uns ermöglicht, auch über konkurrierende Systeme hinweg, also über konkurrierende Unternehmen hinweg, gemeinsam neue Ideen zu generieren.